Wir haben eine neue Liste erhalten. Können wir das Ding auch zerstören? Kommt er da hin? Ja. Das sieht gut aus. Ja, das ist schlecht. So. So. Ja, den werden wir zerstören. Ja, Reichweite ist nicht hochgetuch. Können wir da hin verlegen, aber das finde ich auch. Scheiße, machen die. Scheiße. Die alle Panzerjäger sind sie eingeschränkt und damit keine Gefahr für unsere Infanterie und Fallschirmjäger. Meldung, das Nachschufdepot ist leergefegt. Ihr Hauptquartier. Neue Einheit erstellen. Feuer frei auf angeordnetes Ziel. Noch noch Nachschuf im Depot. Leichter Panzer. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss. Die Einheit stehen unter Beschuss. So, jetzt kommt er mit Nachschub. Irgend jetzt zu erwarten. So, ist man soweit jetzt dicht. Wie sieht so meine Ressourcen aus? Nicht so gut, ne? Die Ressourcen ist aufgeholt. Wir haben nur noch das Ding. Blitzangriff in diesem Sektor begonnen. Jawohl, an alle Einheiten im Sektor. Blitzangriff steht zur Verfügung. Baut sich nicht ganz laut. So. Wir sollten auf jeden Fall hier Ich befürchte, das geben unsere Ressourcen nicht her. Kommt anstellen. Ihr Hauptquartier. Neue Einheiten erstellen. So, ob wir die da kriegen wir hinten. Jawohl, Einheiten wird am Ziel aufverdrehen. So, das wird gerade so Gerade eben aufklärt, damit ich die da hinten schießen kann. Zack. So. Reiche ich nicht. Wann, die reichen das? Ah, der erreicht ihn. Das ist gut. Reicht er den? Nein. Hätte er noch so eine geile Reichweite. Der nicht. Der leider nicht. Der, der auch nicht. Haben wir einen, kein mit langer Reichweite. Doch der. Der muss den dann bleiben hier. So. So Stück für Stück kloppen wir ihn da raus. Das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. So. Wie sieht es hier aus? Ah, er ist ganz schlandisch. Also können wir ihn da hinten jetzt... Ah, schleichen da auch rum. Interessant, interessant. Wir müssen mal ein Spion ja... Lagerrecht, unsere Einheiten stehen unter Beschuss. So. Wie bist du? Hä? Das war da oben wahrscheinlich. Nee, du nicht. Aha. Kann der ja den Greifen nicht. Hier bleibt man hier stehen. Machen wir die Brücke dicht. So. Jetzt können wir den Aufklärer weiter verschieben, sodass... Oh, und da kommt was. Wir müssen erstmal hier... Hier erstmal was aufklären. Was auf... Gerade wir den auch noch kriegen. Wir müssen nochmal... Auf neue Position... Fire! 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 Einheit meldet, Fakt neutralisieren! Five screens up, fire! Anniere landing, fire! Fire! Time to make a record, fire! Lagerrecht! Unser Einheiten stehen unter Beschuss. Die Rekrutierung läuft. Einheit meldet, Fakt neutralisieren! Nachschubwasser gewohnt vom Feind zerstört. Auf zu erwarten. Natürlich. Einheit unter Beschuss. Wir haben eine neue Liste. Wir haben alle Einheiten im Sektor. Flixabgriff steht zur Verfügung. Alle Einheiten waren jetzt hochstill. Okay. One, two, three, eight! Fire! Reload! Die Mold kill, then we'll wait and use it! Thanks, pass forward, please! I have a password. Stück für Stück. He won't be back in time, when you're ready! Fire! General, die Aufklärer melden Sturmtiger. Diese mobile Artillerie kann ganze Gebäude zerstören. Thanks, pass forward, please! Fire! Thanks, pass forward, please! Das macht nichts. Das kommt ja auch. So. Die Rekordierung läuft! Neuer Befehl! Feuer auf Ziel eröffnet! Herr Knollich! Krochen im Leidat! So. Ah, da kommen die ja. Geht ihr euch um die Kümmern? Hopp, in love. Wir werden mal ein paar Fallsteinsprenger abwerfen hier, in diesen Sektor. Was? Warte, hinten. Okay. Können wir uns rum. Da ist dicht. Da ist dicht. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir müssen den erst mal ausgeschaltet haben, da im Wald. Wir müssen den erst mal ausgeschaltet haben, da im Wald. Zack, zack, zack. Okay. Was hätten wir? Sieht zwar oben aus. Welche gelandet hier irgendwo? Sollten nicht welche landen? Habe ich nicht welche abgeworfen? Wie war es so? Ja, es kommt sich irren. Ähm. Wir müssen aber hier mal welche abwerfen. Habe ich nicht welche abgeworfen, bitte. Der Gebäude wurde zerstört. Die Rekrutierung läuft. So. Wie ist es, wo wir achten, dass wir hinten warten? Warte, erwarten. Das war zu erwarten, irgendwie. So. Die Aufklärung mal weiter in den Norden verschieben. Habe ich nicht welche abgeworfen? Neuer Befehl. Sie zerstören. Eintracht, meldet Flachkontakt. So. Rumpen wir mal den Wald rund. Eintracht, meldet Flachkontakt. So. Die werden mal angreifen. Eintracht, wiederhole, angreifen. Gehst du denn hin? Was hat das ziert? Wir können da neueres Eintracht. Eintracht, flachkontakt. Eintracht, flachkontakt. Eintracht, flachkontakt. Die Einheit stellt mit einem Händler ein. Jawohl, unser Spion ist unterwegs. Lagerrecht. Eine unserer Einheiten wurde verdichtet. Lagerrecht. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss. Einheit unter Beschuss. So, okay. Jetzt kommen die durch hier angeschissen. Ha, ha, ha. Meldet eine Falle. Unsere Einheit wurde ausgradiert. Was? Meldung. Einheit steht unter Anhalt, der Beschuss. Reif dich, eine Einheit verrichtet. Ah, save Bobby, what do you want? Tammeral. 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 Zack. Lagerrecht. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss. Let's tear them apart. Die Hauptquartier. Neue Einheiten verstellt. So. N Greif. Okay, Anbreath. Okay. Wirklich? 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 Die Einheit ist fertig. Die Einheit steht unter schweren Versuch. Unser Spion hat den Sektor verlass. Wir können eine neue Inst einsetzen. Er muss mich zurück in Zeit für 8. Die Einheit meldet Verwuste. Jawohl. An alle Einheit im Sektor. An alle Einheit im Sektor. Die Einheit steht unter der Verwaltung. O Reise muss die Einheit im Sektor. Die Einheit im Sektor. Ein Einheit ist mit dabei. Du versuch fußt. Verw & die Einheit im Sektor. Er wird auf die neue Position. Der Herr einheit im Sektor. Einheit Meldet Verluste! Meldung, Einheit fliegt! Verluste gemeldet! Unsere Einheit wurde ausgerattet! Die Einheit steht unter schweren Verschossen! Neue Kieler Laufzieg zerstört! Einheit Meldet von Handkontakt! Eine unserer Einheiten ist vernichtet! 6-Best-Best! Trying to make a racket! Einheit Meldet Verluste! Ihr Geschäft läuft gut, Junge! Gut! Ab in die Stadt! Einheit Meldet Verluste! Einheit Meldet Verluste! Auf neue Position vor uns, Männer! Die Enemie ist trattet! Jetzt füllen wir uns! Neuer Befehl! An neuen Team Mord begehen! 2-Best-Best-Best! Neuer Befehl! Feuer auf Ziel eröffnen! An neuen Befehl! Auf meine Befehl! Just lost! So, wir haben wieder ein bisschen coole! Nicht wahr? Dann können wir ja mal hier nochmal... Neuer Licht geht jetzt verrückbar! Hier nochmal ein bisschen... Zack! Die Einheit steht unter schweren Beschuss! Feuer auf Ziel! Sieht es hier aus? Sieht es gut aus? Die Einheit steht unter schweren Beschuss! Äh... Keine Fallsteinspringer haben, ja? Doch, einmal kommen wir hier noch... Einmal können wir hier noch abwerfen! Wir haben von dir neue Einheiten verstellen! Da kommen wir nicht durch bei den beiden da hinten! Neuer Befehl! Feuer auf Einheit bei Volk in Zielkorb! Einheit meldet Verluste! Die Rekrutierung läuft! So... Da kommen wir nicht so an die Rohstoffe heran! Lagerrecht! Unsere Einheiten stehen unter Beschuss! Das ist das letzte Feld, was wir da haben, ne? Ressourcen bringt! Ist nicht so gut! Das ist gar nicht gut! Neue List ist jetzt verfügbar! Einheit meldet Verluste! Die kommen nicht so wirklich voran, ne? Die beiden können echt einstecken! Echt mies! Sie können richtig einstecken, die Viecher! Die Wälder sind voll mit Panzerabwehrgeschützen! Und sie können über die Brücke hinausfeuern! Wo denn? Ich wette, Kempel würde wieder behaupten, dass wir verpfiffen worden sind! Wollen wir bestimmt auch... Wo sind meine schweren Waffen eigentlich? Ich hätte doch hier... Verdammter Mist! Wo ist das? Wo ist das? So, und du schnappst dir mal diesen Mistfiecher! Wir haben ein bisschen unter Beschuss! Dann brauchen wir hier unbedingt in den Wäldern... Das können wir uns nicht lassen! ...Fahrschirmspringer! Da! Da! Mist! Wir gehen immer viel zu früh! Da! Wir gehen immer viel zu früh! Hm... Hm... Echt ein Problem. Echtes Problem hier. Mal fasschen. Ah, da. Riss. Ich hab gar keinen Aufklärer mehr. Verdammt, wann haben die denn runtergeholt? Das Spacken. Scheiße. Ich komm nicht voran, Leute. Zurückziehen. Da kommen wir nicht weiter. Der Wald ist total versorgt mit Panzerabwehrgeschützen, die getarnt sind. Da komm ich nicht durch. Du meinst, was ist jetzt gleich voll? Die Einheit steht unter schweren Verschuss. Eine neue List ist verfügbar. Wie die Russischoffe aus. Einheit meldet Verluste. Verluste gemeldet. Wir können nichts tun. Wir können überhaupt nichts tun. Wir können überhaupt nichts tun. Verluste verschont. Wir haben von dir. Neue Einheit verliebt. Verluste. 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 So eine Scheiße. Wo hat er die denn her? So eine Scheiße. Ich hab nichts mehr da, um Flak abzuschalten. So eine Scheiße. Ich hab nichts mehr da, um Flak abzuschalten. Ich hab nichts mehr da, um Flak abzuschalten. Alter Schwede. Überall Durchbruch. Und ich krieg keine Ressourcen an den Start. Das reicht nicht aus. Die sind zu stark. Die sind einfach zu stark. Einfach zu stark. Unterbeschossen. Mehr Ressourcen. Mehr Ressourcen. Moment mal bitte. Mal eine kurze Pause. Ist ja gut geklappt wieder. Was soll denn das? Dieses Rosane. Weiß nicht, was das Rosane bedeutet. Auf jeden Fall nimmt er dann nicht auf. So. Sind wir wieder am Start? Ich hoffe immer. Wir gehen mal weiter. So. Es sieht nicht gut aus, Leute. Es sieht echt nicht gut aus. Huch. Hä? Hallo? Was soll denn das jetzt? Das kann ich... Hä? Achso. Ich verwechse es. Nervig. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Der Spacken da hinten. Alter Schwede. Da kommen immer wieder neue Sachen angeschissen. Und ich kriege das nicht unter Kontrolle. Verdammte Scheiße. Spione sind unterwegs. Nee, das ist Geldverschwendung. Ich kann das nicht bauen. Ich muss eher von diesem... langenreich von diesen Langstrecken. Aber das kostet... Die kosten 40. Da kommt kein Geld wieder in den Start. Da kommt man da ganz hin. Und das Ding ist fast leer, Leute. Wir brauchen das Feld. Aber guck mal an hier, was da kommt. Was da angeschissen kommt. Wir haben da keine Chance durchzukommen. Ich weiß nicht, wie die Programmierer sich das gedacht haben. Wie man das schaffen soll. Also... Ich bräuchte die Truppen da oben in die Steuer. Die müssten mithelfen und so. Aber das tun sie nicht. Die stehen da nur rum und... Ich komme nicht vom Fleck, Leute. Echt. Es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich bin voll am Arsch hier. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Wie habe ich eine Produktion abgebrochen? Die bricht ja die Produktion. Ach ja, klar. Ich bin ja auch so blöd. Mann, bin ich blöd. Oh Gott. Kann mir mal einer in die Fresse hauen. Echt, ey. So, jetzt hier. Geht das gleich direkt einnehmen? Nee, geht nicht, ne? Ich muss erst da... Ich glaube, der kommt ja auch hinten eh nicht an. Ist der denn schon angekommen? Ist irgendwas unterwegs? Nö. Ich sehe gerade ein Flieger. Ich will da einfach mal hinlaufen. Ich kriege diese da hinten nicht. Die haben ja eine größere Reichweite wie ich. Das ist scheiße. Ich bin da. Das ist mein Herz.